Hi, mein Name ist Sabrina Wassertal, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Soldau, bin beruflich Artistin und das schon in der sechsten Generation. Ja, und bin halt im Zirkus groß geworden und war in der rhythmischen Sportgymnastik Leistungssportlerin, habe mich jetzt selbstständig gemacht als Artistin, bin in vielen Freizeitparks, Varietés und Zirkus unterwegs, unter anderem war ich diesen Sommer bei Wettendass auf Mallorca, bin dort Wettkönigin geworden und ja, durch meinen Beruf hatte ich halt schon mit so ziemlich allen Elementen was zu tun, Bodenakrobatik, eine Feuershow, Luftakrobatik, das einzige Element, das mir jetzt eigentlich noch fehlt, ist Wasser. Und heute habe ich das erste Mal so einen Schnuppertauchgang gemacht und ich muss sagen, das ist schon cool, macht echt Spaß. Ja, und ich glaube, das ist auch so ziemlich der Grund, weswegen ich mich hier beworben habe, um einfach mal meine neuen Grenzen austesten zu lernen und ja, und deswegen würde ich gerne mit nach Thailand. Ja, und ich glaube, das ist auch so sehr, 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 sehr. Ja, und ich glaube, das ist auch so sehr, 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 sehr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020